In einer kürzlich aufgetretenen Kontroverse hat Katharina Schulze, Landtagsabgeordnete der Grünen in Bayern, für Aufsehen gesorgt. In einer politisch aufgeladenen Äußerung verglich sie die Alternative für Deutschland mit Schimmelpilzen, die konsequent trockengelegt und hart bekämpft werden müssten. Diese Aussage löste eine breite Diskussion über politische Rhetorik, Respekt und Anstand im öffentlichen Diskurs aus. Schulze, bekannt für ihre Betonung von Respekt und Anstand in der politischen Debatte, steht nun im Zentrum einer Debatte um Doppelmoral innerhalb der Grünen-Partei. Ihre Worte, die als menschenfeindlich interpretiert werden könnten, stehen in scharfem Kontrast zu den Werten, die sie öffentlich vertritt. Dies wirft Fragen bezüglich der Konsistenz und Integrität politischer Akteure auf. Die Reaktionen auf Schulzes Kommentare zeigen eine tiefgreifende Spaltung in der politischen Landschaft Deutschlands, während einige ihrer Aussagen als notwendige Kritik an einer...